ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Muss ja Wurden davon noch nicht hitet Ja ja, das wird eine Cornout von irgendwo gewesen sein Ne, wir wollen nicht Ich mein, Torrens, und wir schießen gehört Vielleicht beides Ne, kann sein, dass die Heavy AT drauf geschafft Ja, und dann noch das Spanning ankam Das war innerhalb kürzester Zeit dann Sense, willst du? Herr Sense, nimmst du vielleicht Weifelmann und wir gehen das jagen Ja, definitiv die anderen im Süden Spanning, wie beschließt du? Definitiv die anderen im Süden Im Süden Ja, das hat grad zwei Raketen Vor uns in den Sand gesetzt Sensor Nein, nicht Ne, Gert Kannst du mit dem ich fest nicht machen Sensor mit Weifelmann ist nicht möglich Ja Das hat höchstens eine Rakete Das ist keine Raketen Es brennt doch keine Raketen mehr Positiv, Masserfot im Süden Ich bin anscheinend Tiere abgefahren Ich gehe rein Aus dem Osten rein Schadenwild kommt zu dir Ist da die Haube? Ich seh da auch ne Haube Leute. Mindestens 4 Leute. Ne 5, 6 sind das. Ich nehm so'n Teil. Da ist jemand direkt vorne. Links von dir. Oder so. Der ist da bei dir. Ja jetzt mal kurz in der Haube. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Ja. Ja. Der hat mich gesehen. 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 Der hat mich gesehen.